hallo herzlich willkommen wieder bei der nächsten episode von Fallout 4 und ja wir sind bei ach du scheiße nein dunkelheit das ist kein cool oder lol aha ähm muss ich kurz schauen wie weit äh geradeaus und dann wir sind da mal 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 ich höre schon schritte von den feinden und mal sehen was passiert wenn sie wir betreten in das Gebäude die Fabrik ok dann so so auch Roboter keine Roboter laufen so schnell auch Ja, nehm ich. Gut. Was soll ich denn sagen? Oh, Mentos. Ja, Mentos. Hm. Zeitung! Vielleicht später kann ich mir lesen was. Sehr klar. Stahl. Männer Klo? Vorher waren wir im Frauenklo. Oh, Vitamin. Ja, nix. Oh, nix. Und versifftes Klo. Okay, das will ich nicht mehr trinken. Voll mit Bakterien bestimmt. Sehr schön. Okay. Das nehme ich auch. Das nimm ich, da ist nix, da ist auch nix, das ist kaputt, lol, die Grafik ist fantastisch. Ist auch nix da? Oh, nehm ich beides, Schreibmaschine, ich hoffe, bin ich überladen, oh, dauerhaft, ah, das ist schon nix mehr, oh, lol, nice, mental, radio, das nimm, oh, Feuerzeug nehm ich auch gerne, das nimm ich, oh, du scheiße, muss ich auch machen, nein, Mann, so ist passiert, jetzt, yay, so, toll, und jetzt, okay, 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 Nächster. Hm. Hallo, Blechdosen! Hallo, Blechdosen! Och, ne, irgendwo muss ein Computer sein, der das aufmacht, oh, da gibt's keine Türe. Also, kein Computer und das müssen wir, müssen wir, oder sollen wir ja nicht hereingehen? was haben wir da? Nein, nix, 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 was ich brauche. Ja, Müll, das will ich. E, Müll, noch mehr Müll. Geh mir da rein. Och, ne, nicht hacken, schon wieder. Nein. Aber wie kann ich das gleich schicken, das weiß ich nicht. Ja, toll. Arme, Postig. Äh, puh, must... kannte? Nee, verdammt. Nochmal. Eingeben. Oder was, ne, Rangs? Nee, Hang, auch nicht, scheiße. das habe ich da vielleicht kind und jawohl da papa ist zu hause es geht mir stahl immer mehr der diese kleber oben ist jemand muss aufpassen gut 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 Mann, geht nicht, schade, da, tolle Nummer, voll toll, oh, hier haben wir was, nein, Mann, ich hatte, ja, habe sie geknackt, das nehme ich, das nehme ich, technische Dokumente, nehme ich frei, jetzt, Brennstoff, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, kaum nehme ich das auch, oh, gleich gibt es Kampf oder was, okay, ich gehe weg, da, 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 ist das bis Ja, gut. Okay, ich gehe weiter. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt. Wow! Willst du mich verarschen? Das wäre überhaupt nicht nett. Willst du mich fertig machen? Okay, komm. Scheiße und beschissen. Nein! Oh dear fucking bitch is not something. Roboter. Ja. Okay. 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 Das war ein bisschen einfacher als sollte. also fix dich. so jetzt werde lustig weil falschen gedruckt habe ich schon aber ja passt was machen wir was machen wir was machen wir jetzt ganz tolle sache das werde eine starke waffe schlossflinte perfekt aber das was ja ich will keine radioaktivierung kkk kkk lachen also mit dieser waffe ist so stark meine güte habe ich nicht gedacht dass die waffe ist so stark das und das und das und das zack haben wir alle tschüss will sich nicht kennenlernen mehr hallo das alles haben wir da so nämlich auch trotzdem stahl ja endlich nein das würde ich nicht das lasse ich hier ist radioaktivität aber wieso keine ahnung jetzt können wir rausgehen und tschüss sagen die fabrik mehr geben ja fest aber ordentlich robo da fabrik robo da fabrik robo robo da fabrik robo 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 ro hintergehen oder nicht haben wir schon wir können sie immer wieder hintergehen die letzte chance zu raketen deine mutter wie sich der plan aus Okay, warte. So, speichern wieder, weil ich will zwei Funktionen, was, wenn das wieder Schluss werde, und das und diese falsche. Hm. Okay. Okay. Wie wird passieren? Wir halten. Okay. Okay. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe, kann ich in der nächsten Folge die zwei verschiedene Änderungen zeigen. Wie das würde passieren und was werde nicht passieren, wenn ich werde ihm helfen. So, und immer noch weiter. Ja, ich hasse diese Rennerei. Ja, was? Yo. Ja, wo ist der Airo? Da ist der Airo. War mir ein... Das ist ambitioniert. Wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Eine Aufgabe ist noch zu erledigen. Wir müssen den Hilfsgenerator anwerfen, um unsere Fahrt zu beginnen. Erweisen Sie uns die Käse, Soldaten. Ich werde dafür sorgen, dass ihr so viel Energie habt, wie ihr braucht. Danke. Mal sehen, was passiert, wenn ich... Und jetzt... Ich muss näher rausgehen. Toll. Lehre. Äh. Runter. Oh, ich sag nicht, das muss man jetzt schon wieder in ein andere Gebiet. Oh, meine Güte. Also muss ich rausgehen. Aber theoretisch? Ja, hier. Hey, wir drüben. Wir waren schrägten. Wir sind im Rot. Deine Energie. Sobald die Raketen hochgehen, klagen wir zu. Okay. Hoch nach oben. Hoch nach oben. Hey. Ah, jetzt check ich. Noch höher oder passt schon? Noch höher. Was? Äh, hey. Doch, gibt's noch höher. Doch, gibt's noch höher. Und? Und? Mr. Navigator, starten Sie den Abtrieb. Schuhe böse. Was ist geschehen? Friedrich, will ich? Ich traue meinen Augen nicht. Stellen Sie die Energieversorgung wieder her. Sofort, sonst sind wir schon froh. Warum hat man uns nicht gelassen? Okay. Ah ja. Helfen haben ihm geholfen. Also jetzt, wir sind Feinde. Ah ja. Also jetzt, wir sind Feinde. Nach unten. Hä? Nach unten? Hä? Was da? Hey, Mandy. Wie jetzt? Was jetzt? Das ist jetzt echt etwas unangenehm. Wir haben abgestimmt und beschlossen, dass wir die Beute nicht mit dir feilen. Wenn wir das weiter will, ich habe dagegen bestellt. Eine Lösung? Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Tut mir leid. Ehrlich. Wir haben auch gestopfen, dass jemand sich um sich stümmern soll. Entschuldig. Wir können nicht investieren, dass wir unseren Anspruch in Fragen stellen. Also muss ich jetzt sterben. Ist dein fucking ernst? Hey, Mandy. Wir konnten die Jodstunde hinterhören und... O, ja, co ... 急uk, whether to elkes Male Was hast du heute mir gehören? Ich hab die ganze Arbeit gemacht. Diese Einstellung macht es at first the Anstall. Wir haben abgestimmt und berordu, dass wir die Wolke nicht mit dir reINS. Wenn du das weiter willst, ich hab dagegen... Hab ich mir gedacht... Bitte? Und es wird noch schlimmer. Wir haben auch beschlossen, dass jemand sich um dich tömmen soll. Entschuldigung. Wir können nicht bestimmen, dass wir unseren Anspruch in Frage stellen. Also muss ich jetzt sterben. So ist es. Schauen wir mal. Also gut, das habe ich. Gut. Hm. Okay. Hey, Mandy. Hm. 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 Vielen Dank.